Sehr gut, Leute, rückwärts, schweigen die Hände, sehr gut. Füße schütteln nach vorne, die Handrecker auf die Hände, wieder die Nasen vor, fließen, gut. Dann schauen Sie in diesem Volker noch mal drücklichen Körper, von hinten nach vorne gesprungen, richtig gut. Jetzt muss ich aber wieder auf die Füße, mit der Seite des Starts. Sehr gut, wir werden ruhig ein. Und so, kommen wieder schön nach vorne, die Handrecker hier, dass sie die Spannkarte zum Sprung. Kommt hier durch, sehr gut. Spitze-Facing. Jetzt gerade hier, Herrschaften, nicht vergessen. Sehr gut, das ist das. Gut.